Ha 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 ha! So viel war ich nicht. Weiß er! Ja, genau, jetzt kommen wir mit Ihnen weiter zurück. Wir sind hier in der kategorierten Geschichte. Und eben entsprechend im Laufe der Jahre ganz sehr viele Durchwender beschäftigen müssen, weil diese Arbeiten nicht mehr gemacht worden sind. Und das hat sich natürlich dann auch auf die Wohnungen und auf die Beziehungsstruktur niedergeschlagen. Wir haben mittlerweile einen Ausländeranteil erschreckt sich nicht von rund 26 Prozent. Also jede Kirche oder jede Kirche von Westheimer hat einen ausländischen Pass, wobei ein Teil in dem Wohnprozessland ist verkauft. Eine Asylbewerber sammeln durchzuführen ist, in der 500 Asylbewerber untergebracht sind, die wesentlichen durchgekriegsunterpflichtige aus dem Thema einen Jugendarien. Aber selbst ohne diese Einrichtung ist das Ausländeranteil deutlich überprüft. Der Riesenkomplex, wenn Sie also hier sehen, das ist Salamander, wobei die Schubproduktion hier nur noch mit vielleicht Muster Schuhe besteht, im Bett. die Schubproduktion in der Kirche in der Kirche in der Kirche in der Kirche in der Kirche. Die Kirche sind bei dem Erzog Friedrich und später mit dem König Friedrich der Erste. Die Geschichte überliefert auch, dass Herr Goethe hier in Deutschland zu Besuch war. Und zwar bei unserem äh, 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 berühmtesten Bürger, dem Philipp Matthäus Hahn. Das war ein Pfarrer hier. Ein großes Genie, Sie haben vielleicht schon von unserem Philipp Matthäus Hahn über die haben gehört. Und unsere Bürgermedaille ist nach diesem Moment bedankt. Die dritte Stufe, die dritte Stufe war der Bauplast, also das war dann in der höchste Erfrag von Ackerland. Frau, wir haben uns zu gucken, die ist es genau ja. Wie sehe ich doch vor Ort aus? Ja. Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh. Das war's für heute. Musik Musik Musik